Nachdem der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer die Sanktionen des Westens gegen Russland wegen dem Ukraine-Krieg in Frage gestellt hatte und er hat auch Unterstützung von Tirols Landeshauptmann Mattl bekommen, ja da legt nun die FPÖ nach und fordert eine Volksbefragung. Kickel meint, dass diese Sanktionen keinerlei Auswirkungen auf den Krieg hätten, aber dafür ein Anheizer der Teuerung und ein Knieschuss für die heimische Wirtschaft sein. Das scheint nun offenbar der ÖVP aufzufallen, so Kickel. Er stelzer sorgte mit seiner Aussage die Sanktionen auf ihre Treffsicherheit zu überprüfen für große Aufregung und Unterstützung bekam er ja dann eben von Tirols Landeshauptmann Mattl. Doch die BundesöVP, die verweist weiterhin auf die Wirksamkeit der Sanktionen und Kickel fordert also so bald wie möglich eine Volksbefragung zu diesen Russland-Sanktionen.